Moin, ich bin Tilman von der Radlbande. Der Lastenradmarkt bringt viele eigentümliche Gewächse hervor, aber kaum eines ist so eigentümlich und gleichzeitig so genial wie das Max in Melion. Und in diesem Video wollen wir uns dieses besondere Fahrrad einmal ganz genau ansehen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und das ist wie viele geniale Konzepte aus einem persönlichen Bedarf entstanden Franziska, Emanuel und Andreas haben dann ihr Familienprojekt gestartet Um ein Lastenrad zu bauen, das eine wirkliche Alternative zum Auto darstellt Und das haben schon viele versprochen, aber viele hören dann bei einem gewissen Punkt auf Und da haben Maximilion weitergemacht Sie wollten ein Lastenrad bauen, das sich wie ein Chamäleon an die jeweilige Situation anpasst Denn mit diesem Bike kann man nicht nur Kinder oder Cargo transportieren, sondern auch Erwachsene Und damit ist es ziemlich einzigartig auf einem Markt, der sich doch eher auf den Transport von Kindern spezialisiert hat Aber sie wollten nicht nur Erwachsene mitnehmen können, sondern sie haben ihr Bike auch so ausgelegt, dass es speziell für die weibliche Mobilität ausgelegt ist Und da sind einige sehr spannende Features, die wir in diesem Video einmal entdecken wollen Das grundlegende Konzept und der Aufbau des Bikes ist ein Dreirad Dreiräder haben den Vorteil einer größeren Stabilität und mehr Rädern auf dem Boden Aber sind in der Regel eher weniger agil Deswegen hat Maximilion diesem Bike eine Neigetechnik spendiert Und insgesamt entspricht das Rad so dem Aufbau eines Long John Lastenrads Also kleines Rad bzw. kleine Räder vorne, in der Mitte die Box, dann das Cockpit und der Sattel und am Ende ein großes Hinterrad Wenn wir mal diese Klappe hier öffnen, dann sehen wir, was das Fahrwerk von Maximilion ausmacht Und zwar echte Rennsporttechnik, nämlich ein liegender Dämpfer, eine sogenannte Push-Rod-Federung Dann hier zwei sehr massive Querlenker auf jeder Seite Die Buchsen und die ganzen Verbindungen, das ist Fahrzeugtechnik aus dem Automobilbereich Und sollte somit auch die schwereren Belastungen, die man mit diesem Fahrrad erreichen kann, langlebig durchhalten können Diese Federung sorgt auf der einen Seite dafür, dass diese Neigetechnik funktioniert Auf der anderen Seite aber auch, dass beide Räder unabhängig voneinander einfedern können Das heißt, wenn man auf der einen Seite über eine Unebenheit fährt, dann ist die andere Seite davon nicht beeinflusst Sondern das rollt total sanft darüber Und wie das genau funktioniert, was das dann nachher für Auswirkungen hat, das können wir nachher mal am Fahreindruck sehen Und vielleicht ist euch auch dieses kleine Fach hier aufgefallen, das hier drunter versteckt ist Hier ließen sich so Sachen verstauen, an die man nicht so häufig ran muss Wie zum Beispiel ein kleines Werkzeugset oder eine Luftpumpe Ziemlich cool Und irgendwie sieht es ja auch ein bisschen so aus wie ein Chamäleon, oder? Hier mit den beiden Augen Beim Rahmenmaterial setzt Maximilian auf hochwertigen Stahl Der lässt sich relativ leicht beschaffen, er lässt sich leicht verarbeiten Er ist langlebig und lässt sich auch, falls es mal notwendig sein sollte, leicht reparieren Außerdem werden alle Maximilian Bikes in Deutschland produziert Und zwar nicht nur zusammengebaut, sondern die Rahmen entstehen in Handarbeit in Stuttgart Und überhaupt setzt Maximilian alles daran, so viel wie möglich in Deutschland oder zumindest in Europa zu beschaffen Hier auf der Rückseite des Bikes sehen wir einige Punkte, die den Alltag mit diesem Bike auch für kleinere, leichtere Personen so einfach wie möglich machen sollen Auf der einen Seite einen sehr niedrigen Einstieg, über den man leicht rüberkommen kann Ein weit nach hinten geneigtes Sattelrohr, um kleineren und größeren Personen eine gute Sitzposition zu ermöglichen Und dann auch ein Lenker, der hier weit nach hinten geneigt ist Zum Lenker kommen wir gleich noch, aber hier ist noch ein cooles Detail mit diesem Fahrrad Und zwar Die Sattelstütze, die sich leicht in der Höhe verstellen lässt Sodass man zum Beispiel, wenn man an eine Ampel ranfährt, schnell mal den Sattel runterstellen kann Mit beiden Beinen auf dem Boden stehen kann Und wenn man dann weiterfahren möchte, machen wir den Sattel einfach wieder hoch und kann entspannt weiterfahren Ebenfalls auffällig sind diese sehr kurzen Kurbelarme Besonders kleinere Personen kommen häufig nicht mit 170 oder sogar 175 Millimeter Kurbelarm klar Und deswegen hat Maximilian hier auf schön kurze Kurbelarme gesetzt Der weit nach hinten geneigte Lenker sorgt erstmal dafür, dass die Person auf dem Sattel eine schön aufrechte Sitzposition hat Um einen guten Überblick über den Straßenverkehr zu erhalten Aber auch natürlich ist er deswegen so weit nach hinten geneigt, damit die Person, die hier vorne sitzt Nicht die ganze Zeit den Lenker in den Rücken bekommt, wenn man irgendwelche Kurven fährt Unfassbar praktisch sind diese beiden Fächer, die sich leicht hier vom Sattel aus erreichen lassen Um zum Beispiel eine Mütze irgendwo zu verstauen oder den Kaffeebecher Das Telefon oder auch die Schlosskette Das sollten noch viel mehr Lastenräder haben Bei den Bedienelementen hier im Cockpit finden sich einige Besonderheiten Einmal fallen hier die großen Bremsgriffe auf mit den großen Ausgleichsbehältnissen Die sind von der Fahrwerkerbremse, die speziell für große und schwere Fahrräder entwickelt wurde Und mit dickeren Scheiben und Bremsbelägen auch eine bessere Haltbarkeit zeigen Und wie gut die performen, das sehen wir nachher im Fahreindruck Aber erstmal ist hier auffällig, das ist eine richtige Bremse Das ist ein richtiger Hebel Und dieser Ausgleichsbehälter sorgt eben auch dafür, dass zwei Bremsen vorne ohne Probleme gebremst werden können An diesem kleinen Taster und Hebel kann die Neigefunktion entsperrt und auch wieder gesperrt werden Dafür muss man so ein bisschen den richtigen Punkt finden Und dann wackelt das Bike zwar noch ein bisschen hin und her, steht aber sicher Auf der rechten Seite findet man dann die Feststellbremse Das ist im Grunde ein Kunststoffhebel So ein Kunststoffteil, das den Bremshebel der Fahrwerkerbremse arretiert Und die Bedienung ist eigentlich sehr einfach Man klemmt das zuerst hier drüber, zieht dann den Hebel und nutzt den Zeigefinger, um den dann festzudrücken Und schon steht das Rad richtig sicher und kann auch nicht wegrollen Und zum Lösen des Ganzen muss man den Hebel ziemlich kräftig ziehen Und kann dann wiederum mit dem Zeigefinger diese Kunststoffarretierung lösen Und dann befindet sich hier ebenfalls das Sigma EOX-System Um es anzuschalten, das Fahrrad muss man hier unten beim Akku den Ein- und Ausschalter drücken Dann meldet sich das System mit 5 LEDs Fährt einmal hoch Let's it go! Über dieses ganze System habe ich schon mal ein eigenes Video gemacht Und seitdem hat sich auch nichts groß verändert Ich verlinke euch das einmal hier oben irgendwo Es gibt eine Lichtautomatik und mit diesen Schaltern kann man durch die vier verschiedenen Unterstützungsstufen schalten Die nicht weiter benamst sind Und mit diesen Schaltern kann man sich einige Informationen anzeigen lassen Die sehr umfangreich sind Und man kann das System auch noch mit Komoot verbinden Um sich zum Beispiel Navigationsinformationen hier auf diesem EOX-Display anzeigen zu lassen Und dann gibt es noch hier eine Option Und zwar ein USB-Port Aber das, was das Maximillion wirklich einzigartig macht, ist das hier Das Passagierabteil Es soll so wandelbar sein wie ein Chamäleon Und damit liegen sie auch richtig Denn hier finden Menschen von 0 bis 100 Jahren Platz Oder Hunde Oder Kisten Das Kernstück ist natürlich dieser Aufbau, den wir schon von der Rückseite gesehen haben Allerdings gilt das auch nur für die Passenger-Version Also für die Version mit dieser Sitzbank Es gibt auch noch verschiedene andere Aufbauten Und dadurch, dass Maximillion eine Manufaktur ist Ließen sich auch individuelle Wünsche umsetzen Bis hin zu einem Rollstuhltransporter mit einer verlängerten Ladefläche Hier in der Passagier-Version ist das Ganze jetzt mit einem Metallrahmen eingefasst Aber dieses Teil ließe sich auch noch entfernen, sodass Menschen hier noch leichter einsteigen können Aber so entsteht hier nochmal eine kleine Ladefläche Die Sitzbank ist höher und breiter als bei jedem anderen Lastenrad, das ich bisher gesehen habe Und die Sitzbank an sich besteht dann aus Holz Das auch noch hier sehr schön geformt ist Überhaupt dieser ganze Aufbau hier vorne hat so ein bisschen Oldtimer-Vibes Das sieht sehr klassisch aus, wie so eine alte Kutsche oder wie so ein Rennauto aus den 20er Jahren Also 1920, 2020 sehen die dann doch ein bisschen anders aus Die Bank an sich ist dann gut gepolstert mit einem festen Polster, das auch nicht schnell durchschlägt Und auch die Rückenlehne ist verhältnismäßig hoch, sodass auf jeden Fall der untere Rücken gut gestützt wird Damit bei scharfen Bremsung man nicht vorne rausfliegt, ist das Ganze dann mit so einem Beckengurt ausgestattet Den die eine oder andere Person auch vielleicht aus dem Flugzeug kennt Und was bei einem Flugzeug mit 700 kmh funktioniert, das funktioniert auch beim Lastenrad mit 25 Aber diese Bank eignet sich nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder Und damit die mitgenommen werden können, lässt sich hier noch ein Dreipunktgurt bestellen Mit dem auch kleinere Kinder dann hier oben angeschnallt werden können Allerdings kann Maximilian auch wiederum viele andere Gurtsysteme realisieren Und Lösungen, um zum Beispiel auch Erwachsene mit einem Fünfpunktgurt zum Beispiel anzuschnallen Und auch wenn Kleinkinder oder sogar Babys mitgenommen werden sollen, bietet Maximilian eine Lösung an Und zwar in Form einer Kleinkindbank, die dann nochmal eine deutlich höhere Rückenlehne bietet Deutlich tiefer hier im Rad montiert ist Da ließen sich dann allerdings keine Erwachsenen mehr mitnehmen Das Tolle an dieser Sitzbank ist aber auch das Platzangebot Denn durch diese Höhe der Sitzbank ist hier unten Ein Kofferraum Dieser Kofferraum lässt sich auch abschließen Und hier findet nicht nur ein großer Rucksack Platz, sondern auch viele kleine Und hier wäre auch noch Platz für einiges andere Also das ist richtig geräumig Aber hier endet es noch nicht Denn wenn man den Rucksack rausnimmt Kann man auch diese Wand hier einfach entnehmen Die sitzt ziemlich eng Und dann gibt es noch Platz für eine Eurobox Und hier ist sogar links und rechts noch sehr viel mehr Platz für alles Mögliche Und hier könnte man das Ganze auch ganz schön hoch beladen Und damit das Ladegut nicht hin und her poltert Gibt es hier noch so Verzurrösen Mit denen man Dinge dann verzurren kann Wie der Name schon sagt Diese Fläche hier vorne ist allerdings sehr offen Also keinerlei Windschutz Was im Sommer ganz lustig ist Sich den Wind um die Nase wehen zu lassen Ist im Winter oder bei Regen schon etwas unangenehmer Und da hat Maximilion aber auch mehrere Lösungen für Auf der einen Seite holen wir jetzt mal so Houdini-mäßig Das hier Aus dem Kofferraum Das habe ich eben nicht da reingetan Herrlich Herrlich Schön Diese Wetterdecke funktioniert richtig gut Um die Beine vor Kälte und vor Regen zu schützen Denn sie ist auf der Außenseite Regen- und Winddicht ausgeführt Und auf der Innenseite Dann noch so murkelig gefüttert Das war sowohl für die Kinder Als auch für den einen oder anderen Mitfahrenden richtig angenehm Dies aber nicht nur dann praktisch Wenn Menschen hier sitzen Sondern lässt sich auch Dafür nutzen Um die Sitzbank bei Regen Wenn das Rad draußen steht Vor Nässe zu schützen Für Kinder gibt es dann aber auch noch eine zweite Lösung Nämlich ein richtiges echtes Regenverdeck Und das hat auch einige coole Details Es lässt sich nicht so schnell montieren oder demontieren Wie das mit der Wetterdecke der Fall ist Also wenn ihr vom Kindermodus in den Erwachsenentransportmodus gehen wollt Dann dauert es gut und gerne 5 bis 10 Minuten Aber dafür ist dieses Wetterverdeck auch ziemlich cool Denn auf der einen Seite Habt ihr hier einen festen Rahmen oben drumherum Sodass es auch gut und gespannt sitzt Selbst wenn ein starker Wind von vorne kommt Und dieses Wetterverdeck hält nämlich auch den Wind oder Regen von den Kindern ab Hier rundherum sind große Fenster verbaut Sodass der Blick nach draußen weiterhin gegeben bleibt Und auch starke Sonneneinstrahlung Kann so ein bisschen verhindert werden Denn auf der einen Seite befindet sich hier oben Eine Abdeckung, die eingerollt werden kann Um die Sonne von oben auf die kleinen Passagiere irgendwie wegzublocken Und auch hier vorne Gibt es ein Sonnenvisier Um halt die tiefstehende Sonne So ein bisschen von den Gesichtern der Kinder abzublocken Das ist ein ziemlich cooles Detail Wenn die Kinder ein- oder aussteigen wollen Dann kann man hier einfach den Reißverschluss öffnen Nimmt dann den Straps hier vorne ab Und schon haben die Kinder eine große Tür, wo sie einsteigen können Und auch als Eltern ist es verhältnismäßig einfach hier reinzugreifen Und dann die Gurte der Kinder zu schließen Und wenn das Wetter richtig gut ist, das Regenverdeck aber drauf bleiben soll Dann kann man auch hier die Türen dann einfach ein bisschen, kann man auch schöner machen Ein bisschen einrollen Dann zieht man das hier vorne fest Dann hat man immer noch die Windschutzscheibe hier vorne Mit diesem Sonnenschutz Aber trotzdem einen großen Durchlass Damit angenehm viel Luft reinkommen kann Und wenn man nicht so viel Luft rein haben möchte Kann man das hier mit dem Reißverschluss auch so ein bisschen regulieren Wie viel Luft tatsächlich reinkommen soll Damit die Kinder nicht ersticken Ist es hier auf der Rückseite allerdings komplett offen Und dann kann man auch leichter mit den Kindern kommunizieren Dieses Regenverdeck gibt dem Max & Million eine ganz andere Optik Also aus dem sportlichen, schnittigen Rennwagen ist eine königliche Kutsche geworden Aber dafür funktioniert es sehr gut Das sind alle Details, Features und Besonderheiten vom Max & Million Jetzt bauen wir das hier aber mal wieder ab Und dann fahren wir eine Runde Ja, wir Wir deswegen, weil wir sind zu zweit Hallo Lea sitzt vorne auf dem Passagiersitz Und ich hinten auf dem Sattel Und wir wollen es nachher auch nochmal tauschen Wir beginnen aber mal mit dem Beschleunigungstest Wir sind in der höchsten Unterstützungsstufe von den Vieren Und anders als sonst sind wir nicht im kleinsten Gang Weil der ist doch sehr, sehr, sehr klein Wir sind stattdessen im vierten Gang Weil im vierten habe ich in den letzten Wochen eigentlich immer gestartet Und wir legen mal los Und 25 kmh Also das ging wirklich schnell Der Motor hat wahnsinnig viel Power Beim Beschleunigen klingt es so ein bisschen auch in Verbindung mit der Rohloff wie ein LKW Weil man beim Schalten nicht weiter treten darf Da muss man den Motor wirklich komplett still werden lassen Schon der erste Punkt, der bei dem Motor auffällt Denn der hat einen verhältnismäßig langen Nachlauf Man kann diesen Effekt ein bisschen minimieren Oder ein bisschen reduzieren Indem man, wenn man schalten möchte Einmal ganz kurz nach hinten schalten Nach hinten tritt Und dann hört der Motor auch sofort auf zu unterstützen Und man kann entspannt schalten Wie ist es jetzt komfortmäßig für dich hier auf dieser Rumpelstrecke? Also ich finde es echt super Ich habe damit gar nicht gerechnet Wir sind es vor zwei Jahren ja schon mal gefahren in Düsseldorf Da war ich auch schon begeistert Aber es ist seitdem echt noch wesentlich bequemer geworden Die Bank ist gepolstert Ich sitze hier so richtig schön muckelig Ist auch schön breit die Bank Und wenn du so über die Kopfsteinpflaster Über das Kopfsteinpflaster hechtest Oder die Kanten nimmst Das ist schon echt Erstaunlich komfortabel Obwohl es gerade eine Huppelpiste war Ja, total Und jetzt machen wir mal den Belastungstest Den Jerusalemsberg Wie immer Mit verhältnismäßig wenig Power Nach hohen Trittfrequenz Und der vollen Unterstützung geht es jetzt den Berg hoch Und wir gucken mal Wie schnell wir bleiben Wie schnell wir fahren können Wir sind jetzt bei 20 kmh Jetzt muss ich ein bisschen runterschalten 17,7 17,5 16 kmh Man hört es ordentlich Genau, der Motor ist ordentlich am Arbeiten Das ist so ein leichtes Quietschgeräusch 14,4 kmh Also der Motor hat richtig Power Diese 112 Newtonmeter Die merkt man auch richtig Und zwar nicht nur wenn man berghoch fährt Sondern auch beim Anfahren Merkst du eigentlich Wenn ich so in die Pedale trete? Also ich merke es nicht vom Gefühl Aber von der Geräuschkulisse auf jeden Fall Und an deiner Atmung Okay Wenn man sich in die Kurve lehnt Dann merkt man, dass es ein schweres Fahrrad ist Man muss schon ein bisschen am Lenker arbeiten Aber es reagiert auch ganz gut auf So Den Körper Der sich in die Kurve lehnt Es fühlt sich insgesamt sehr natürlich an Die Sitzposition Ist verhältnismäßig aufrecht Allerdings wenn man so groß ist wie ich Ist der Lenker Doch schon verhältnismäßig tief Und verhältnismäßig weit unten Die Sitzposition ist trotzdem insgesamt angenehm Meine auch Sehr gut Wenn das Rad weniger stark beladen ist Habe ich jetzt festgestellt Dass auch kleinere Motorunterstützungen Überhaupt kein Problem sind Und selbst wenn der Motor Oder der Akku ganz leer sein sollte Ist auch das nicht unbedingt ein Problem Weil dieses Gesamtsystem mit der Rohloff Ist äußerst effizient So und jetzt fahren wir mal ein bisschen Gravel Gravel, Gravel Müssen ja auch nicht viel zu schnell fahren Aber mal so ein bisschen Mal gucken was die Was das Fahrwerk macht Boah Der ist so ein bisschen wie Okay Da sind dann wahrscheinlich so die Grenzen Der Federung erreicht Du musst auch nicht so schnell fahren Also du könntest es auch ein bisschen Freundlicher behandeln jetzt Das Pferdchen Das Pferdchen Macht das schon alles richtig gut mit Ja, finde ich auch Boah Das ist wie Achterbahnfahren Okay, das ist cool Das ist sehr witzig Und das Besondere auch hier wieder Wir machen natürlich Den Berganfahrtest Volle Unterstützung Wir sind im ersten Gang Ich bin selber gespannt Also los geht's Boah Wow Das ist echt der Wahnsinn Ja Da habe ich nicht mit gerechnet Du? Der Motor legt sofort los Der ist sofort da Und dank dieser großen Übersetzungsbandbreite Der Rohlauf Hat man auch überhaupt kein Problem Bei so einem Anfahren am Berg Mit der höchsten Belastung des Fahrrads Nee, das hat richtig, richtig gut geklappt Ja, auch das Schieben Das machst du super Das machst du richtig gut Ich kann dir das nochmal zeigen, wie es ist Wenn ich losfahren möchte Ich steige dann einfach auf Das Rad ist sehr einfach aufrecht zu halten Also jetzt gerade mache ich zum Beispiel nichts Und das ist nicht zu arretiert Und wenn ich jetzt losfahren möchte Dann ist das auch verhältnismäßig einfach Ich steige auf wie bei einem normalen Fahrrad Und dann Jetzt los Rollt das Fahrrad auch beim sehr langsam fahren Verhältnismäßig gut aufrecht Es will nicht sofort zur Seite kippen Und durch diese aufrechte Sitzposition Hat man einen sehr guten Überblick Und man braucht vom Sattel aus gar nicht viel machen Ich bin tatsächlich noch gar nicht vorne mitgefahren Jetzt mit dieser In diesem Test Nö Ich habe immer mehrere Leute gefahren Aber ich selber bin noch gar nicht gefahren Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie das jetzt ist Ich bin auch nur mit den Kindern bisher gefahren Glaube ich Ja, stimmt Und ich bin mal gespannt, was du davon hältst Aber die sind zusammen ja auch so schwer wie du ungefähr Ja, locker Ja Ja, und jetzt Kopfsteinpflaster Das merkt man natürlich so ein bisschen im Rücken Aber diese Federung funktioniert wirklich außergewöhnlich gut Für den Passagier, der hier vorne sitzt Oder die hier vorne sitzt Also es ist schon anders als mit zwei Kindern Ja Mit dir da zu fahren Weil deine Schädel ist exakt in der Mitte der Fahrbahn für mich Okay Also wir sind quasi gefühlt fast auf einer Höhe Und ich muss so ein bisschen an dir vorbeigucken Achso, okay, ja Das fällt mir gerade auf Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch Gerade bei unserer größten Kombination Also er sollte dann die größere Person hinten sitzen Und die kleinere Person vorne Ich finde das ziemlich spannend So diese Position, die ich jetzt hier gerade habe Wirklich alles sehen zu können Und mich trotzdem durch die Gegend fahren zu lassen Nichts machen zu müssen Oh, da sind kleine Küken Ich kann hier auch ganz entspannt stehen mit dir Ja, das ist echt gut Also der Boden, das ist nicht eben Weil hier ist es abschüssig Ja Und trotzdem kann ich ganz entspannt Meine beiden Beine auf den Boden stellen Und so ein bisschen ausbalancieren Und dann fährt man dann so ein bisschen weiter Also ich muss sagen, das ist wirklich angenehm und gemütlich hier zu sitzen Und für dich ist es auch nicht so schwierig Jetzt so eine große und schwere Person durch die Gegend zu fahren Nee, bis auf die Größe Ja So, jetzt will ich mal ein bisschen schneller fahren Okay Das Schöne ist, durch die drei Räder hat man auch einen ziemlich guten Grip Selbst wenn es über Matschepisten geht Ja, stimmt Über unebene Strecken Sonst würden die leicht wegrutschen hier Und jetzt kann man sich hier so einfach als Passagier richtig schön den Wind um die Nase wehen lassen Das macht aber auch als Fahrer total Spaß Als Fahrerin Für alle FahrerInnen ist das ein tolles Gefühl Jetzt werden wir wieder enthaboniert, ne? Oh Okay Das ist mir ein bisschen zu Ja, okay Aber klappt auch Ja, das ist mir nämlich auch aufgefallen bei diesem Rad Dass der Lenkeinschlag sehr, sehr groß ist Der ist richtig gut Für ein Dreirad Und man auch echt so schmale Kanten super durchkommt Hier hätte man jetzt auch gut hinfallen können in der Kurve Weil ich mich ein bisschen überschätzt habe gerade Aber das Rad hat das gut für mich ausgebügelt Ja Jetzt mit 1,96 Meter Hocke ich natürlich schon so ein bisschen auf diesem Sitz Hui Also das macht echt wahnsinnig viel Spaß So und wir machen jetzt den Bremstest Und das ist natürlich immer ein ganz besonderer Test Und hier ist auch eine ganz besondere Bremse verbaut Nämlich die Fahrwerker Bremse Und da bin ich mal sehr gespannt Wie die uns jetzt gleich verzögert Und Yes Yes Boah Und? Das war echt gut Wir haben jetzt einen Bremsweg Du hast etwas davor noch gebremst Vor diesem ersten Strich Hab ich? Ja Und wir haben jetzt einen Bremsweg von gut und gerne Ja 3,20 Meter Oder so Das ist aber nicht viel Das ist überhaupt nicht viel Nee Aber das ist halt auch der Vorteil Bei so einer Bremse Also die Bremse hat richtig Power Und wir haben natürlich noch den Vorteil der drei Räder Durch die der Der Grip auch beim Bremsen noch mal deutlich erhöht ist Das hat sich sehr gut ziehen lassen Ich sag gerade für kleine Hände Es ließ sich gut greifen Man hat auch gut Druck drauf gekriegt Ich würde allerdings für mich persönlich Wenn ich das Rad immer fahren würde Im Alltag mir die ein bisschen dichter Ranziehen sozusagen Ja Die sind schon recht weit weg vom Lenker Genau Also ich muss schon sehr nach vorne greifen Weil ich das jetzt in dem Moment wusste War meine Handposition natürlich darauf eingestellt Aber so an sich Also auch beim Bremsen hatte ich ein sehr sehr sicheres Gefühl Das Rad ist extrem stabil Mir ist nichts weggeglitscht Oder nichts Ja wie sagt man Das ist nicht ins Schlingern geraten Das Rad Das ist einfach komplett gerade Und ist auch sehr schnell zum Stehen gekommen Also auch sofort als ich gebremst habe Hat sich da eine Wirkung gezeigt Und das ist ein Ja sehr vertrauenserweckendes Gefühl Vertrauen erweckend Nicht vertrauenserweckend Vertrauenserweckend Vertrauenserweckendes Gefühl Also wie ist jetzt dein Eindruck von der Fahrt Mit dem Maximilion Also ich bin echt total begeistert Kann es echt nicht anders sagen Ich finde es so so cool Was dieses Rad schafft Und ja auch die Kombi Dass wir einfach uns abwechseln konnten Ich dich fahren konnte Du mich fahren konntest Das war beides Aus beiden Perspektiven Überhaupt nicht schwierig Keine große Umgewöhnung Klar wenn man Von anderen Rädern meine ich ja Das Rad macht einfach unglaublich viel Spaß Weil der Motor so kräftig ist Und man sich voll und ganz Auch auf das Rad verlassen kann Also das fand ich besonders toll Dass gerade wenn ich jetzt in meinem Fall Dich rumtransportiere Da muss ich schon echt Vertrauen in das Rad haben Damit ich auch Spaß daran habe Und ich habe wirklich zu keinem Zeitpunkt Bei der Fahrt Egal welcher Untergrund Oder welche Kehren Oder was weiß ich Angst gehabt Dass ich umfallen könnte Oder so Was bei anderen Dreirädern häufig Bei mir der Fall ist Also ich fahre sonst nicht gerne Dreirad Und das hat echt richtig Richtig viel Spaß gemacht So Wir wechseln jetzt ins Studio zurück Und dann erzählt Tim Und euch ein bisschen was Zu unseren Erfahrungen Und zu unserem Fazit Und ich verabschiede mich An dieser Stelle Tschüss Drei Wochen lang waren wir Mit dem Max & Million Jetzt im Alltag unterwegs Und in diesem letzten Teil Des Videos Wollen wir mal ein bisschen Fazit ziehen Ihr findet die komplette Bewertung Anhand der Radelbande Bewertungsmatrix Über den Link Unten in der Videobeschreibung Auf radelbande.de Aber jetzt wollen wir mal Auf die drei Punkte eingeben Die uns besonders gut gefallen haben Und die drei Punkte Die uns weniger gut gefallen haben Der erste Punkt Der uns richtig gut gefällt Ist dieser Motor hier Der Sachs RS Der ist verhältnismäßig laut Und der läuft auch ein bisschen nach Aber der ist perfekt Für dieses Fahrrad geeignet Der hat genug Power Um auch Bergfahrten Ohne weiteres machen zu können Selbst das beladene Voll beladene Fahrrad Hält er super auf den 25 kmh Man ist Man hat nie das Gefühl Untermotorisiert zu sein Mit diesem Motor Und gleichzeitig Spricht er auch Wahnsinnig Feinfühlig und schnell an Sodass man selbst Beim Anfahren am Berg Nicht im Regen Gestehen gelassen wird Und der zweite Punkt Der uns richtig gut gefällt Ist die Fahrdynamik Denn dieses Fahrrad Fühlt sich nicht nach einem Großen und schweren Lastenrad an Sondern es fühlt sich Agil an Und komfortabel Und das ist nicht zuletzt Diesem Fahrwerk geschuldet Und das hat Maximilion Ja nahezu perfektioniert Denn es ist im Grenzbereich Gut beherrschbar Es ist um die Mittellage Neigt es nicht so leicht Zum Kippen Sondern es fühlt sich Insgesamt sehr natürlich an Und selbst mit einer Großen Beladung Hier in der Ladefläche Fährt sich das Erstaunlich leichtgängig Und der dritte Punkt Der uns richtig gut gefällt Ist die Langlebigkeit Und Vielseitigkeit In der Nutzung Und das Maximilion Ist in diesem Fall So ziemlich einzigartig Denn es ist nicht nur geeignet Um Babys und Kleinkinder Zu transportieren Sondern auch Jugendliche Und Erwachsene Und alte Menschen Und Menschen mit Behinderung Können hiermit transportiert werden Es kann ein Hund mitgenommen werden Es können aber genauso gut In welche Waren Hier vorne transportiert werden Das ist der absolute Wahnsinn Und außerdem Ist es sowohl geeignet Für Menschen mit 1,96 Meter Größe Wie mich jetzt hier hinten drauf Als auch für kleinere Menschen Und die gesamte Abstimmung Das gesamte Fahrwerk Der Einstieg etc. Ist auch besonders dafür ausgelegt Damit kleine Menschen Und leichte Menschen Große Lasten transportieren können Es ist für eine 60 Kilogramm Frau Überhaupt kein Problem Ein 100 Kilogramm Mann Hier vorne zu transportieren Bis auf diesen Größenunterschied Den Lea und ich auch festgestellt haben Es ist allerdings nicht perfekt Und es hat doch ein paar Kompromisse Der erste Punkt Der uns nicht so gut gefällt Ist hier die Nutzung von Holz Holz stehe ich allgemein Im Lastenrad kritisch gegenüber Auch wenn es ein toller Werkstoff ist Er ist verhältnismäßig leicht und stabil Und lässt sich auch recht einfach verarbeiten Und man muss auch dazu sagen Dass diese Sitzbank hier Sehr gut verarbeitet ist Es sitzt alles passgenau Es klappert nichts Und das hat uns insgesamt gut gefallen Holz ist allerdings natürlich auch Weniger wetterbeständig Und im Falle eines Unfalles Kann Holz halt splittern Allerdings wird dieser Effekt Hier bei diesem Rad reduziert Indem Maximilian sich hier Für Verstärkung entschieden hat Aus Metall Um das Ganze so stabil wie möglich zu gestalten Der zweite Punkt ist Dass das Rad sich noch nicht ganz fertig anfühlt Das Fahrwerk etc Das ist alles top Allerdings fühlen sich so ein paar Lösungen Eher wie eine Übergangslösung an Bis das finale Teil fertig ist Allerdings hat das natürlich auch diesen Charakter Der Manufaktur Und Maximilian arbeitet auch nach wie vor An diesem Fahrrad Um es nach und nach immer besser zu machen Und der dritte Punkt Der noch nicht mal uns so richtig negativ aufgefallen ist Aber in Gesprächen häufig Für Ratlosigkeit gesorgt hat Ist der Preis Hierbei muss man allerdings natürlich auch immer im Hinterkopf behalten Dass es sich um ein in Deutschland produziertes Manufakturprodukt handelt Mit Teilen aus Deutschland Mit vielen verschiedenen Gimmicks Aber dennoch Für dieses Rad in dieser Ausstattung Zahlt man deutlich über 10.000 Euro In der Basisausstattung Hier auch mit der Passagierabteilung Kostet es 8.500 Euro Und ist etwa Auf der gleichen Ebene Mit anderen großen Dreirädern Mit Neigetechnik Aber wenn man tatsächlich vor hat Regelmäßig Erwachsene Personen mitzunehmen Würde ich schon Zu dem starken Motor Und auch zu der Rohlauf greifen Und dann zahlt man halt 10.000 Euro Das ist für alle Die bereits Lastenrad fahren Und sich so eins gekauft haben Die sagen Okay Ja Doch Ist ein fairer Preis Aber viele andere Die eben weniger Gespür für Lastenräder haben Und aus dem Automobilbereich kommen Denen zu erklären Dass so ein Rad Über 10.000 Euro kostet Ist schon komplizierter Und deswegen Fürchte ich Dass es halt gerade Für die Personen Für die es am besten Geeignet sein sollte Nachher gar nicht So einfach leistbar ist Aber Da sind wir jetzt bei dem Punkt Für wen Ist das Maximilion Eigentlich geeignet Wenn ihr euer Kind Auch bis in ein höheres Alter Mit dem Fahrrad Mitnehmen wollt Oder müsst Dann ist das hier Nahezu das perfekte Fahrrad Egal ob 3 Jahre 13 33 Oder 63 Jahre Menschen finden hier Ganz einfach Platz Und das gilt auch Für alle mit körperlichen Oder geistigen Beeinträchtigungen Für diese Zwecke Ist dieses Bike Wirklich optimal Denn Egal ob ihr eure Großmutter Oder euren Großvater Ab und zu mal mit dem Fahrrad Mitnehmen wollt Oder eben Verschiedenste Kinder Auch in verschiedenen Größen Kombinationen Das funktioniert mit diesem Fahrrad Hervorragend Und das funktioniert mit Keinem anderen Fahrrad So gut Wie mit diesem hier Weil Hier ist noch diese Federung dabei Hier ist dieses Neige Diese Neigetechnik Mit drin Die die meisten Fahrräder Eben nicht bieten Die die Möglichkeit hätten Auch Erwachsene mitzunehmen Und das Macht das Maximilion Im Endeffekt Zu dem besten Lastenrad Was wir bisher getestet haben Aber jetzt wäre mal interessant Was du von dem Maximilion hältst Sag es mal Unten in den Kommentaren Lass einen Daumen nach oben da Wenn dir das Video gefällt Und wenn du dabei sein willst Wenn die Radlbanne Das nächste Mal auf Tour ist Dann abonniere den Kanal Tschüss Bis dann